Valoccio hat also vorgelegt für ihr Team am Boden. Und eine Note wird hier gleich erwartet für Gründer Valoccio. Ja, wir haben kürzlich schon gezeigt, wir haben schon Julia Steinhofer als dritte für die Schweiz am Boden. Und Stefanie Siedenthaler konkretiert das Schweizer Quartett. Und hier ist die Note, this is the score, von Katharina Valoccio, from Switzerland, für die Schweiz. 12.066 12.066 12.066 Vielen Dank.